Ach Leute, wie einfach es ist, Ubisoft nicht zu mögen. Sie geben wirklich alles dafür. Nach dem Assassin's Creed Drama und davor dem Wegnehmen von einem Spiel, haben sie jetzt wieder etwas rausgehauen, was sie weiterhin in die unterste Kategorie der Publisher steckt. Und diesmal betrifft es Rainbow Six Siege. Ja, Rainbow Six Siege ist tatsächlich ein Live-Service-Game, das noch recht gut, oder sogar sehr gut, ankommt bei den Spielen, obwohl das Spiel schon neun Jahre alt ist. Das können wir sehr gut an dieser Tabelle hier sehen. Wir sehen, dass die Spielezahl generell jetzt bei 62.000 noch liegt, dass es bei 73.000 so einen 24-Stunden-Peak war. Und ihr seht, dass erst vor zwei Monaten tatsächlich das Maximum am Spieler gleichzeitig jemals da in diesem Spiel vorhanden war. Bei 201.000, was natürlich extrem ist. Wie gesagt, das Spiel ist schon neun Jahre alt, wir können hier mal auf sechs Jahre gehen. Dann seht ihr tatsächlich, dass es immer recht gute Zahlen hatte, immer sehr beliebbar. Und es ist halt auch ein tatsächlich funktionierendes, naja, zumindest für die Spieler funktionierendes, weil es wohl anscheinend ein interessantes Konzept ist, Live-Service-Game. Live-Service-Game heißt ja, wir haben ständig irgendwelche Seasons, irgendwelche Updates, die ständig wieder die Spieler irgendwo ins Spiel holen sollen. Hier auf jeden Fall funktioniert das Modell ja irgendwie. Und man muss jetzt ganz klar sagen, dass Rainbow Six Siege alle Monetarisierungsarten drin hat, die es überhaupt jemals gab. Das heißt, Lootboxen, Season Passes, Skins, die man sich holen kann und so weiter und so fort. Da ist auf jeden Fall schon einiges an Monitorisierungen drin, die die Spieler natürlich um ihr letztes Hemd bringen sollen. Naja, das ist vielleicht übertrieben, aber zumindest immer wieder zurückholen sollen, aber eben auch immer wieder bezahlen lassen sollen. Das ist ja auch erstmal nichts Schlimmes, aber wenn wir uns halt mal dieses Video anschauen, da geht es um die neue Season und eben auch die neuen Ideen, sage ich mal, die sich Ubisoft so ausgedacht hat. Und ihr seht, wieder mal, ich kann das wirklich bei jedem Ubisoft-Video eigentlich machen, das hat natürlich auch viele Gründe, kann man sagen. Aber ihr seht, die Ratio ist natürlich wieder, ja, deutlich schlecht und das liegt eben an verschiedenen Punkten. Erst einmal sollte man ja denken, bei den ganzen Monetarisierungen, die es ja jetzt schon gab, dass man eben tatsächlich ein Spiel hat, das Free-to-Play ist. Aber tatsächlich ist es so, dass Rainbow Six Siege noch immer Geld kostet, also kein Free-to-Play-Spiel ist. Und damit natürlich mit seinen Lootboxen, Season Passes und so weiter wieder den klassischen Weg der Gier geht. Das muss man schon mal ganz klar festhalten, weil es eben nicht, wie bei jetzt Apex, Fortnite oder sonst so, oder Fortnite, auf jeden Fall den Weg geht, dass es kostenlos ist und man dann halt monetarisiert und man dann kostenlos einsteigen kann und sich dann überlegt, was kaufe ich mir denn jetzt für coole Sachen, um eben mein Spiel zu erweitern oder sonst irgendetwas. Hier ist es so, dass das mit Vollpreis früher, man kann es natürlich jetzt günstiger bekommen, auf Vollpreis früher und dann eben zusätzlich noch on top halt bekommt. Das heißt, man muss all diese Monetarisierungen ja eingehen, wenn man so richtig mit dem Spiel interagieren will und auch Langzeitspaß haben will, gerade zu Season Passes, wissen wir ja, dass sie natürlich oft so gestaltet sind, dass sie natürlich auch langzeitmotivierend sind und auch nötig sind. Und das Problem ist, was haben sie jetzt getan? Ja, sie haben sich gedacht tatsächlich, dass wir jetzt nicht nur diese Monetarisierung alle mit reinnehmen, sondern auch eine zusätzliche Membership hier reinbringen und zwar das hier. Das heißt, jetzt gibt es zusätzlich zu all den anderen Monetarisierungen noch eine zusätzliche Monetarisierung namens Membership. Und hier bezahlt er jeden Monat tatsächlich Geld, um eben diese Membership zu bekommen. Der ganze Spaß soll dann tatsächlich 10 Euro pro Monat oder 80 Euro, wenn man sich für ein ganzes Jahr dafür entscheidet, zu unterschreiben und diesen Mitgliedschaft zu übernehmen, kostet. Das ist natürlich extrem teuer. Und man soll halt dann ständig irgendwelche legendären Drops bekommen. Exklusives Gear, tatsächlich auch gutes Gear. Was natürlich auch so ein bisschen wieder diese ganze Ecke von FOMO tickt, dass die Leute eben Angst haben, irgendwas zu verpassen oder schlechter ausgerüstet zu sein. Aber da kommen wir auch später nochmal zu. Das Ganze wurde wohl auf einem großen Turnier in Manchester veröffentlicht. Und naja, sagen wir mal, die Reaktionen waren nicht so toll. Das können wir hier zum Beispiel mal in einem kleinen, aufgenommenen Video von einem Fan sehen. Ich denke, man merkt ganz gut, dass die Reaktionen im Publikum nicht gerade positiv waren. Und ihr müsst bedenken, bei so einem Turnier, da sollten ja die Hardcore-Fans sein, die wirklich Geld ausgeben, um so ein Turnier nachzuschauen. Das heißt, das sind die Leute, auf denen ihr eigentlich ja euer Spiel aufbaut, was halt noch sehr gut läuft. Und wenn die so eine Reaktion zeigen, heißt das, dass sie gar nicht damit zufrieden sind. Die Sache ist dann eben die, dass deswegen wohl auch diese Ratio so schlecht ist. Und es soll wohl auch so sein, dass die neue Season, wobei ich mich da nicht wirklich auskann, nicht sehr viel bieten soll. Es soll wohl keine neuen Karten geben. Ein alter Operator wird wohl nur verändert. Keinen neuen Operator wird es geben. Ein paar Buffs und Nerves und so weiter. Aber halt nichts besonders krasses, was früher wohl mal da war. Das können wir unten nochmal in den Kommentaren sehen. Wir sehen hier die obersten Kommentare zum Beispiel. Ja, okay, wir wollen das jetzt einmal klarstellen. Wir kriegen keinen neuen Operator. Wir kriegen keine neue Karte. Und wir haben dieses Membership-System. Und das war es eigentlich so in der Art. Es sind natürlich ein paar Dinge schon dazugekommen, oder werden schon dazukommen. Aber es ist halt klar, dass die Fans damit absolut nicht zufrieden sind, die eben dem Spiel noch immer treu sind. Und die eben auch dieses Geld einspielen für Ubisoft. Denn nochmal, Rainbow Six Siege ist eines der bestlaufenden Spiele, die Ubisoft hat. Und man merkt ganz klar, statt dass man das mal der Community zurückgibt, oder zumindest sich zurückhält mit noch weiteren Monetarisierungen bei einem Vollpreistitel, der schon extrem monetarisiert ist, gehen nochmal drauf und sagen, so, jetzt könnt ihr euch noch mehr kaufen. Und das Problem ist eben dabei, dass viele Leute das natürlich auch irgendwie als Druck empfinden, sich so etwas zu kaufen. Wie gesagt, ist es eine ganz klare Kalkulation von Ubisoft, hier dieses Spiel, was schon extrem viel Profit einbringt, nochmal auszunutzen, noch mehr Cash daraus zu holen, um eben die Wirtschaftssteigerung, die verlangt wird, als börsennotierte Firma nochmal nach oben zu bringen. Und da muss man halt festhalten, dass sie wieder dieses ganz knapp psychologische Prinzip des FOMO ausnutzen. Was bedeutet eigentlich FOMO? FOMO bedeutet Fear of Missing Out. Die meisten von euch werden das kennen und wissen, was es bedeutet, will es trotzdem ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, nochmal ausführen. Also haltet kurz durch, denn ihr werdet nachher verstehen, worauf ich hinaus will. Das bedeutet einfach, wenn ihr zum Beispiel auf Social Media euch bewegt, dass ihr Angst habt, gewisse Dinge zu verpassen. Shitstorms oder Thematiken, Trends oder sonst irgendetwas. Da kann man zum Beispiel jetzt hier die junge Thematik nehmen. Man will halt jedes bisschen mitnehmen. Man hat irgendwie Angst, dass man vielleicht den neuesten Klatsch und Tratsch da verpasst. So wie es früher halt auch beim Fernsehen vielleicht mit Serien war oder ähnliches. Und hier bei diesem Spiel ist es natürlich ein ähnliches Prinzip. Hier geht es darum, dass ich halt Angst habe, wenn ich nicht die besten Gegenstände habe oder alle Gegenstände habe, dass ich dann eben nicht der Bestausgerüste bin. Dass ich vielleicht sogar, und da geht es ja auch darum, von anderen geschämt werde, weil ich gewisse Punkte in diesem Spiel nicht habe. Das heißt, wenn ich in meiner Community dann nicht diesen besonderen Membership habe, bin ich dadurch außen vor. Und das verursacht halt einen gewissen psychologischen Druck, der dazu verleiten kann, gewisse Dinge zu kaufen, zu tun, die man normalerweise nicht machen würde. Und das Wichtige dabei ist, das ist den Firmen, jeglichen Firmen, auch Ubisoft, ganz, ganz bewusst und ganz klar. Und ich weiß, es gibt immer so Kommentare, die sagen, nee, aber die müssen es ja nicht kaufen. Und ich tatsächlich bin auch eher so ein Hardliner, der sagt, ja, dann kauf es halt nicht. Und ich selber bin auch so ein bisschen darin, dass ich sage, ich möchte schon alle DLC zum Beispiel haben. Mir ist aber bewusst, dass ich mir niemals mit meinem Geld irgendwie alle Ingame-Käufe leisten kann. Deswegen fange ich damit gar nicht erst an. Das heißt, da greife ich sehr selten zu, wobei es mich manchmal schon erwischt hat, wenn ich so an Scheren MMORPGs denke. Aber das Problem ist eben dabei, das kann man so leicht sagen, und es stimmt ja auch für die meisten Leute, aber Ubisoft ist das doch egal, ob wir als Otto-Normalverbraucher da drüberstehen und sagen, wir sind mental stark genug. Denen ist wichtig, dass halt bestimmte Gruppierungen halt immer zugreifen. Und diese Gruppierungen sind entweder die mental Schwächeren, die halt wirklich dadurch wirklich manipuliert werden können, oder, und das sind die wichtigsten, die sogenannten Wale. Habt ihr ja wahrscheinlich auch schon mal alle gehört. Das heißt, natürlich, auch wenn wir da selber drüberstehen, sind diese ganzen Monetarisierungen immer so geplant, dass sie eben die Leute ganz klar psychisch manipulieren. Das sehen wir genauso bei dem Assassin's Creed Shadows, mit den neuen Editionen. Und auch da gibt es ja wieder ein Membership, ein Subscription-Model, sodass ihr halt eine andere Form habt, wie ihr wieder in das Spiel hineinkommt. Und sie hoffen halt darauf, dass Leute vielleicht vergessen, das zu deabonnieren, gewisse Dinge halt einfach mitnehmen, die sie normalerweise nicht mitnehmen würden, wie 40 Euro mehr für den eigenen Quest, der wahrscheinlich komplett belanglos sein wird. Natürlich werden dann die meisten Menschen einfach sagen, ja, ich will den Quest dann halt nicht. Aber darauf spekulieren die Firmen ja nicht. Diese Firmen wie Ubisoft sind eben ganz klar darauf aus, diese Leute von uns zu finden, die entweder durch psychologischen Druck oder weil sie so viel Geld haben, bereit sind, das auch wirklich zu bezahlen. Und glaubt mir halt, bitte. Ich weiß, dass wieder so Kommentare kommen, ja, lasst ja doch oder sonst was. Glaubt doch bitte daran. Diese Leute haben eine Abteilung rein für diese psychologische Manipulation mit monetaren Gedanken dahinter. Das ist doch logisch. Die wollen natürlich euer Geld nehmen und die haben natürlich ganz klare psychologische Herangehensweisen dafür, um das zu erreichen. Und gerade eben auch, um diese großen Wahlen zu erreichen. Weil wir als Normalleute, die sich die normale Edition kaufen, dann nie wieder Geld ausgeben, die sind denen komplett egal. Und ja, mittlerweile ist es ja wirklich schon eine normale Geschichte, dass wir solche Monetarisierungen kriegen. Wir erwarten es mittlerweile und die Firmen scheinen es auch wirklich einfach akzeptiert zu haben, dass sie dafür ausgebucht werden. Und das Problem ist halt dabei, dass viele Leute halt dann wieder sich da aufrichten und sagen, ja, ist halt so, die Entwickler müssen ja bezahlt werden. Ja, aber die Entwickler werden davon kein Geld kriegen. Das kann man auch tausendmal sagen. Was wir hier haben, ist, dass Ubisoft die Fans ganz eiskalt ausnutzt. Das Spiel ist profitabel, es ist ein Live-Service-Game. Es eifert halt einem Modell nach, dass sie die Firmen schon immer gesucht haben und immer wieder suchen. Und das klappt gut und deswegen werden sie halt nochmal mehr gemelkt. Das ist einfach genau der Punkt. Und dass wir das so als normal schon ansehen, dass dieser Aufschrei, den es hier wahrscheinlich auf diesem Turnier gab, wahrscheinlich wieder komplett untergehen wird und nach zwei Sekunden wieder vergessen wird, weil eben die Leute ja denken, ja gut, ist halt so und sie dann doch wieder diesen nächsten Season Pass kaufen. Das ist sehr schade, denn diese Normalisierung von solchen Praktiken, die wirklich auf psychologische Manipulation aussehen, sollte eigentlich nicht drin sein, nicht möglich sein und auch nicht von uns akzeptiert werden. Aber so ist es nun mal. Leider werden da treue Fans von Ubisoft wieder ausgenommen. Ich habe wieder mal sehr viel gebrabbelt. Ihr könnt ja einfach mal eure Meinung sagen, was ihr dazu sagt. Oder schaut mal in dieses Video rein, wo ich mich wieder über irgendwas anderes aufrege. Okay.